Ein bisschen Anästhizia. Dann sind wir also. In einer Bar, in einer Art Set hier. Mit einer gebrochenen Nase, wie es aussieht. Mit blauen Augen. Erst mal mit dem Schotterrecht. Wunderbar. Motherfucker. Alles chill, Hermana? Some bastard tried to mug me. I handled it. Who? Local guy? You really think somebody local tried to mug me, Pepe? Listen, V. I got a problem. Serious this time. Find yourself in a hole, sounds like. You need help. Knew I could count on you. It's, uh, Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. And he don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserve the hero's welcome. I know I fuck up, V. Ach, Pepe. You ever gonna get wise, Pepe? Please tell me your brother's doing alright. Uh, doing his thing. You know. So, can you help? I mean, Steinmus. I'll talk to Kirk. But then you're gonna owe me one. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City Joom. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Ist nicht mein erster Aufenthalt? Aber dass sich so viel geändert hat, werde ich auf die Tutorials zugreifen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge Runner bist, kannst du die Anzeigen der Tips auch deaktivieren. Du kannst dir über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Ja, sicher. Prolog. Na? Ja, du sagst es. Erstmal was trinken. Alles gut bei euch? Ich muss es nochmal sagen. Das Spiel sieht so verdammt besser aus. Vor allem mit Path Tracing, Ray Tracing, Ray Reconstruction. Und mit 100 FPS mindestens kann ich das spielen. So nice. So, du gehst mir helfen, V. Ja. So, du gehst mir helfen, V. Klaro. Ich geh gleich zu Kirk, ich möcht mich bloß ein bisschen umschauen. War's gut? Ja, wer's glaubt. Hey, Mr. Fett. Was denn unpacking, man? Wir sind genau zu checken. Wir haben zwei Taten von Sensa und Short Last. Nein, das ist nicht möglich. Aha. Hat wohl jemand was getrunken. Ich fühl mich trotzdem wie sch***. Ein klein Haar von der Hund? Ja, ja, gib mir einen Moment. Was denn das Rennen war? Hier im Helm, vielleicht. Happy Hour. Jack and Robby. Ich glaube, du musst vorsichtig sein mit deinem Jungen. Veli Perales. Hi, ich bin Jefferson Perales, ein kompromissloser Kandidat, der endlich etwas verändern wird. Wofür ich mich einsetze? Dem Einfluss der Megakonzerne auf Night Citys Politik ein Ende zu bereiten. Egal was die Schwarzseher behaupten. Es ist machbar. Und dafür brauche ich nur ein wenig Unterstützung von dir. Um meinen Wahlkampf ohne jegliche Finanzierung durch Konzerne zu organisieren. Mit deiner Hilfe können wir diese Wahl gewinnen. Und wenn ich gewinne, gewinnst auch du. Und was bekommst du dafür? Eine tatsächlich unabhängige Stadt. Frei von der Herrschaft der Megakonzerne. Frei von Entscheidungen, die an Mahagonitischen von Vorstandsmitgliedern gefällt werden. Noch nie gehört das Wort. Die niemals einen Fuss auf die Strassen von Watson oder Pacifica gesetzt haben. Aber dennoch über das Leben dieser Stadt und ihrer Einwohner bestimmen dürfen. Ich will gleiche Chancen und besseren Zugang zur Bildung für alle. Ich verspreche ein jährliches Budget für 20, volle und 30 unterstützende Stipendien ins Leben zu rufen, um die Ausbildung der 200 besten Studierenden der Stadt zu unterstützen. Hört sich im ersten Augenblick eigentlich ganz gut an. Und wo er recht hat, hat er recht. Die Leute, die über unser Leben bestimmen, wissen meistens selber nicht, wie es ist, ganz unten zu sein. Leider ist das so. Neue Karriere gefällig kommt zu Netwatch. Abtrünnige Netrunner aufspüren, Demons bekämpfen und das amerikanische Net wiederaufbauen, das sind nur einige der Aufgaben, mit denen sich die Spezialagenten von Netwatch täglich befassen. Wenn du lieber dein Augenlicht verlierst, als dir in die Karten zählen zu lassen. Wenn ein Treffen mit Memphis Tofeles für dich ein Spaziergang ist, dann wird es Zeit, dass du dich unserem Team anschliessst. Das sind deine Aufgaben als Netwatch-Agent. Du patrouillierst alle öffentlichen Zugänge, Zugangsebenen des Netts. Du spürst illegale Netrunner-Aktivitäten auf und eliminierst sie. Du machst die Jagd auf gefährliche KIs. Du findest und neutralisierst Bedrohungen in den ältesten Teilen des Diebnetts. Du verhinderst, dass sich Leute und Menschen hinter die Blackwall begeben. Du hilfst bei der Erweiterung sicherer Net-Spaces zum öffentlichen Gebrauch. Dank Netwatch sind tausende Menschen in der Lage, zugelassene Suchmaschinen und andere Net-Dienste freizunutzen, ohne schändliche Themenbedrohungen fürchten zu müssen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir arbeiten unermüdlich, um beschädigte Datenforts zu eliminieren, Informationen zu sichern und gefährliche Cyberverbrecher festzusetzen. Hast du das Zeug zum Netwatch-Agenten? Dann bewerb dich noch heute. Würde ich gerne. Nee, du kennst mich nicht. Also wahrscheinlich. Siehst du sie nachher wieder? Nein, das geht zu mir. Ach, der Arme. Sollst du's leben. Getränkekarte. Ein Diente Dorado. Santa Cecilia, Flor de Muertos. Compa de Haywood. Quinziel. Quinziel Nera. Oder so ähnlich. Ein Tablet. Eres una pinche aspirante del montón, pura mierda. Die Leute hier in Haywood sind ja schrecklich. Warnung für Touristen. Bleiben sie innerhalb der Stadtgrenzen. Bleiben sie aus Sicherheitsgründen im Stadtzentrum. Leider lauern in den Randgebieten von Night City nach wie vor ernsthafte Gefahren für Reisende. Die Stadt befindet sich an der umstrittenen Grenze zwischen Nord- und Süd-Kalifornien. Tag und Nacht sind an dieser politischen Bruchlinie Schüsse zu hören. Auch wenn Grenzpatrouillen tapfer und unermüdlich illegale Immigranten verfolgen und gnadenlose Nomadenbanden bekämpfen, die sich an unschuldigen Zivilisten vergreifen, kann es in dieser Gegend dennoch gefährlich werden. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, setzen mehrere Konzerne ihre Ressourcen ein, um die Stadtgrenzen zu verteidigen. An Grenzübergängen müssen spezielle Passierscheine vorgelegt werden und jeglicher Versuch, ohne ein solches Dokument, die Grenze zu überqueren, wird von den Sicherheitskräften unverzüglich mit Waffengewalt beantwortet. Halten sie sich an die Gesetze, um bedauernswerte Unfälle zu vermeiden. Himmlisches Night City, über Land in die Stadt zu reisen, ist nur empfehlenswert, wenn sie militärischen oder Konzern-Geleitschutz haben. Ansonsten wird Besuchern von Night City empfohlen, per Flugzeug anzureisen. Jeden Tag gibt es mehrere Verbindungen zu anderen amerikanischen Grossstädten, sowie in den Orbit. Der Spaceport befindet sich auf Mororok vor der Küste und ist von der Ring Road aus zu erreichen, wenn man auf dem Spaceport-Boulevard abbiegt. Von der Insel aus hat man eine wunderbare Aussicht auf die Stadt, also lohnt sich ein kurzer Besuch für ein paar Fotos, auf jeden Fall, auch wenn man keine Flugpläne hat. So, nun, du bist Kirk? Und wer bist du? Ey, what the? Okay. Okay, ja genau. What's he owe you? I'm afraid that's client confidentiality. Call it a lot and leave it at that. A cred shark with business ethics. Sounds too good to be true. Well, Merry fucking Christmas. Cut him some slack, will ya? He'll pay. Just needs some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's, you gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No. You let him off because it's me asking. Huh. You know me. I'm a man of the biz. So I need to know, what I get out of it. Du kriegst kein Ehrgear eingefallen bei mir. Ich find den Typen jetzt schon unsympathisch. Aber da liegt ne Waffe auf dem Tisch. Ich, wenn ich das antworte, kommt das wahrscheinlich nicht gut rüber. Aber ich, ich lass mir das nicht bieten. You know what, Kirk? I sometimes get the impression, you forget you aren't from around here. Pop into Heywood for the occasional visit, sure. But you live far, far away in Pacifica. What are you getting at? Getting at? You probably needn't think, before you start something with a local son. Hmm. I'm open to other options. The Legend of Arrow Knight. What's this? Grab a look. Rayfield. Mm-hmm. Cream right there on the page. Only four of them in NC as of now. One, Rayfield Regional Director. Two, Mayor Ryan. Three, a rental service. Aha. And four? Number four will belong to my client. Just as soon as you clap it for me, that is. You can't grab it. So packen kann ich das schon, Abel. I do this. And Pepe's debt is squared? Course. I'm a man of my word, you know that. Whole thing simple. You swipe the Rayfield for me, I clear Pepe's account. Even toss in a cut for you, I'm such a nice guy. My man Rick works a parking structure by Embers, club where our Rayfield driver likes to kick it. They're every Friday night like clockwork. Soon as you appear, security cams shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Simple. Hört sich zu einfach an. Who's the owner? Just an Arasaka suit from across the water. Spuse cash out of every hole in his body. And his name? How would I know? Why would I care? It's a hot item and I know where to find it. Vielleicht du, aber ich vertraue dir nicht. Ich weiss ja nicht. Aber hab ich ne Wahl? Ich weiß nicht, dass ich das so schade unter der Schasse auf einem Skateboard für eine quicken Haltreie. Fast and easy. Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. This bitty bop works like the key Rayfield techs use for repairs. Opens locks, bypasses identity authorization. A skeleton key for all Rayfields in the city. Come on, Kirk. Even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little faith. So, we all agreed then. Best keep your word, Kirk. Easy, V. Job's gonna pad your wallet too, you know? Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage. Be waiting for you. You two will hit it off. Good luck out there. We'll be in touch. Ich vertraue dem Typen gar nicht. Und dir auch nicht. Sonst mal ein bisschen Sport machen, vielleicht mit nicht nur Hamburg-Retson. Missionsstile aktive, Missionsstile werden auf deinem Hut und deinem Minimap mit Aussagebezeichnung markiert. Man, it don't matter. Perales, Ryan, suits from the same circle. Nah, Perales is different. Live just two blocks from me. You'll see. Soon as he's elected, corpse are gonna start sweating bullets. Yeah, yeah. I'll believe it when I see it. Check his hammer too. Malone ain't getting a bell fire. Bullshit. El cabron is best in his weight class. Sure, sure. He let it out, Hernandez. But Kano's got the kill. You'll see. You'll see if you can't hit him. Okay. Okay, ich kann PP nochmal in. So, how's it gonna be, V? nochmal in. Kirk, wie du? Kirk's letting you go, leaving you be. I'm not though. You fucking own me big. V, you saving my life. I mean that. Klaro. Alles für dich, PP. Na dann. Mal schauen, ob das wirklich so einfach wird. Fotos machen. Halt, N gedrückt, um den Fotomodus zu starten. Der Fotomodus kann in den Einschlung deaktiviert werden. Ah. Okay. Habe ich bisher noch nie gebraut. No goddamn lemons. No goddamn limes. They're in there. For sure. Irgendwie habt ihr ein paar Lieferschwierigkeiten oder. Wie es mir scheint. Hey. Nein. Huh. Got a seg. Sorry. Slow night. Oh, don't even start. I'm not going to make the rent this month. I don't want to even think about my brat's school fees. We met before. Don't recognize you. I just asked for a smoke. Jesus. Ja, sorry. Hab ich nicht. Oh. Okay. Mhm. Okay. Aha. Doch. Night City. In den besten Jahren. Wo er recht hat, hat er recht. Got no home, sick kid and cheating wife. Need boo's money. Hey, Sab. You just gonna waste it anyways. Na, hier nen. Toll. Daumen ist die Katze. Ich wusste es doch. Alter. Spiel sieht so viel besser aus. Unglaublich. Doch. Finde ich auch. Ja, Padre. Well, who do we have here? We? Long time. Didn't know you were around. Yep, no place like home. Sebastian Ibarra. Haven't changed a smidge. No one calls me by my name anymore. Almost forgotten how it sounds. How are things, Padre? The same. Heywood. Nothing ever changes here. I'd rather hear about you. Got back from Atlanta a few weeks ago. See you got a good down home welcome. How was it back east? Tell you later. Got something on my... How about you fill me in now? We'll give you a ride. Marcus, let's go. Und ja, okay. Wenn du das sagst. Warte ich mit euch mit. Danke sehr. So, where to? The Glen. Drop me off at Ember's. Front door? Take the ramp back of the bar. Show you where to stop. You heard her, Marcus. Your return to NC has been good. Busy already? Two years gone by. Not much has changed. You know how you would. It has strong roots. Ever watered by the same blood. Now, tell me about you. I'll pick up something here and there. Nothing major. But I'm getting by. I appreciate the concern. So, I'd like that it didn't turn out like you expected, huh? Went there without expectations, actually. Well, except that it'd be better than here. It wasn't. Maybe it'll all work out for the best. Shit. No shit. Stop the car. What's going on? Business. You carry? Ich glaube nicht. Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. What do you want? To settle our biz once and for all. Got an offer for you, Patty. So, listen up. Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen. Done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, Patty. One more fucking word. Stay out of this. I don't know you. And I don't know you. Which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, anything else? It seems our conversation has come to a close. Careful, Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Marcus, please. Last few weeks. I'm pleased to see you have not forgotten your roots. Still have the gift. So many of the little shits left around here. Their spines go soft when they look down a barrel. Who is that? No one important. He'll be gone in a week's time. Another will come in his place. He pulled iron on you. He did. And he will pay for doing so. Pull up here. Right here. I'll just strap down below. Here, before you go. Your number? Could be useful. Father's the best. Maybe we can also work together again. Take ourselves back two years. Thanks, Padre. Yeah. Gotta go. So go with God. Du auch, alter Freund. Du auch. Alter, diese Reflexionen. Man kann einfach lesen, was da steht. Crazy shit. Da. Alles gut? Willst nicht reden? Okay. It's important. Important. That you're good. Klar. What? What? Is ja gut. Ich lass nicht hin, du. Oh, fuck. Corporate Thieves must die. You don't belong here. Okay, Housemeister. Hätte ich mich von dem nicht sehen lassen dürfen? Ist irgendwie zu einfach bis jetzt. P? Status? On location. About to find your man. Rick's one of the good guys. You'll see. I trust him like a brother. Yeah. So you said. Hm. Du vielleicht. Mich noch nicht. Wow. Okay. Ist es wohl ein guter Club. Something I can help you with. You Rick? Yep. You with Kirk? Yep. Camera's blind. You got 20 minutes. Gute Unterhaltung. Sector 8. Ich möchte kurz mal ein bisschen die Autos hier bestaunen. Sind ein bisschen aus dem Bugatti. Pick up. Oh, sehr schön. Herrera. Boah, was für ein Teil. Der gefällt mir auch, der Mustang. Ich sehe die Reine. Dein Moment, um zu schreien, Kindle. Good luck. VIP natürlich. Ich gehe gleich dahin. Keine Sorge. Das Teil finde ich auch sehr hot. Und keine Lackierung. Chevalian. Und dann so ein süßes, kleines Ding. Ich gehe gleich dahin, aber... Ich habe da hinten Stairs gelesen. Okay. Geht natürlich nicht. Ei, 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 ei. VIP-Sektor. Würde ich persönlich jetzt nicht fahren, finde ich... Gar nicht. Nice. Aber... Ist ja nicht für mich. Let's take this piece of Wonder Tech for a world. You're a woman of little faith. See? We're rich. Now fire her up and call me when you're underway. Tell you where to go. Klar. Hm. Sicher ist einer, bei mir sagt. It's like this will be a cool breeze. Chick sieht schon aus von hinten. What the... Get the fuck out. Shit. Oh fuck. You can drive. Now out. What are you doing? Kinggalos. Yeah, nice. You're under arrest. See where you are. Natürlich, ich war's nicht fucking fun. I can see him. Nice and slow. On the ground, motherfuckers, now. Jackie Wells. My old pal from the hood. See you haven't grown an ounce wiser. Hey. Detective Stintz. Been a while, huh? Inspector Stintz. Same shit. Speaking of, your mug's familiar too. Come on, spit it out. I'm waiting. Yours ain't to me. Left for Atlanta, looking for a slice of happiness. Guess you didn't find it. I've always maintained it's the same for all you termites in Haywood. Born here, live here, die here. Looks like I was right. You know fuck all about me. Truth hurts, huh? Just watch your tone. I'm not a patient man. Hey, come on, Stintz. Give us a break, huh? You lock us up, they'll just jerk off till trial. And then what? Worst case, we get some months. Hell, standing room only nowadays in El Bote. So, they'll probably be out early. Are these the thieves? Fuckin' history trash. Got him in custody, Mr. Fujioka. We'll be takin' him now. It's a waste of effort. I have no time to testify or play at an investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Cough lake's broken so this trash doesn't float. Wow. You hurt him. Fuck. Nekles. Motherfucker. Ah. Son, Honestly, for a sec there, things look iffy. Wasn't sure we'd worm out of that alive. Man, das gleiche ist. Der Stenz ist auch zu holen, die Leute. Wound tight. Doch er hat ein wenig Honour left. Ich glaube, das Gefühl von Honour zu haben? Und das Gefühl, er ist Heiwood-Born und Bred, wie wir. Wenn ich nicht gekommen bin, dann wäre ich Night City in Sexy Wheels. Nah, es war all meine Fault. Warte, was? Pigs nicht in, aus woanders. Meine Technik muss auf den Alarm geöffnet werden. Also, vielleicht jetzt, als Gott ordained. Jackie Wells. Veen. Ich weiß dich. Du gehst bei Coyote. Wait, Wells? Like, Mama Wells? I thought I recognized the name. She's my blood, all right. Coyote's her dive. It's strange, you and I never met before. Got the job to steal those wheels, said the Coyote. From Kirk. You work with that sewer slug? Pepe owes him big and can't afford to pay, so I stepped up. Man, gotta wonder about Pepe letting Slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, no, listen. I know those cartel types. And I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El cabron's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on. Let's go have some lunch. Just like that? You put a barrel to my skull not so long ago. You helped my homies. You're okay in my book. No harm, no foul. None at all. Getting one of my good feelings. About what? About us. It's a kind of chemistry, you know? Come on. I'm fucking starved. Okay, food it is. Let's go. Hello there, Night City! Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams! Ooh, I love this town! Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once, and now stops you to ask if you got a smoke for her! Every new day here means a hundred new arrivals! But only half these gongs will survive a year! And that's if it's a good one! And why do these peeps come to N.C.? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand and Weyland Boa Boa! The greater the risk, the bigger the monkey, kids! Or so they say! But you can only be a Major League player for so long! The faster you live, the faster you burn out! If you don't get a bullet to the brain first! You dead! A.C.'s legends! Know where you'll find most of them? The Graveyard! Matters not where you're from! Matters not where you start! What matters here is the walk you walk! In Night City! The City of Dreams! A chick we're looking for is somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, alright? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to, uh, brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Ciao Pantown, 6 Monate später. Was für ein geiles Intro! Kann ich immer wieder sagen. Well? Sure! Why the hell not? Wo ist meine VR abtauchen? I got here. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Here we go! Where are your city? What's your city do? To do, you know the worst, you know the worst? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Samurai We have a city to burn